ja hallo meine freunde der sonne da sind wir wieder wir müssen immer noch das serum für den arm finden für das serum und ja müssen wir mal gucken ob wir hier im alten haus fündig werden wir müssen jetzt gucken dass wir in jeder ecke was finden ich guck noch mal hier oben sieht doch so aus naja obwohl er nicht gut ich dachte irgendjemand kommt da hoch wir brauchen jetzt gehirnner perifera nerv ok gut wir haben ja gegen die nette damen gegen die hausherrin gekämpft ich gucke jetzt noch mal ganz gut zur flicht liegt hier ja schon was was wir übersehen haben was zum teufel was ist neu ja ok gut dann werden wir mal hier lang machen okay mutti ich will hier nicht hin oh oh ich hab doch schon wieder die mutti gesehen ey wo sind wir jetzt ah ok wir machen das mal hier auf haben nämlich den durchgang ok nochmal packen wir das messer weg ich bin grad am überlegen wenn wir jetzt hier schon den durchgang haben wir haben ja nicht so viel flammenwerfer munition jetzt ist die große frage aller fragen sollen wir den flammenwerfer trotzdem erstmal mitnehmen oder sollen wir jetzt sagen ok wir lassen den flammenwerfer jetzt hier wir haben ja einen granatenwerfer immer noch ach so warte mal den flammenwerfer haben wir ja schon ok der ist ja schon hier ne ich weiß nicht ob wir die kurbel noch brauchen das ist die frage warte mal wir werden das das werden wir mal verschieben ja wir lassen mal die kurbel dabei wir lassen mal die kurbel dabei vielleicht könnten wir die für irgendwas noch gebrauchen ich glaube zwar nicht aber hier war der ausgang den ausgang vergessen wer kennt das denn nicht ganz normal wenn man gestresst ist von irgendwelchen monstern gejagt wird da vergisst man oh danke vergisst man mal ganz schnell wo der ausgang ist so ok ich will erstmal hier draußen gucken was haben wir hier hier ist nix immer noch nix gut ok ein schatzfoto so ähm an einer toilette ok ich bin ja sehr schön einladen dass hier die ganzen türen auf sind das äh ich habe ein ganz doofes gefühl gerade darf ich das mal sagen weil hier kann man nicht aufmachen also erstmal das erste doofe gefühl wir haben keinen platz mehr aber darum geht es mir gar nicht weil es gibt so viele sachen ich glaube wir werden wieder gegen die alte fei boah ich dachte jetzt die tue geht immer auf ich will hier gar nie hin aber wir müssen hier hin ok ich fühle mich auch sehr sicher mit so einem kleinen ähm buttermesser fühle ich mich extrem sicher gut damit fühle ich mich ein bisschen sicherer aber ähm ne lassen wir erstmal ok hier ist nix hier ist nur kaputt ich habe das gefühl ein tor versperrt den weg ja das sehe ich schon selber dass hier ein tor den weg versperrt dass wir das hier anfackeln müssen ja das ist scheiße das wird nein das ist so doof dass wir jetzt schon wieder hier voll sind was können wir so da haben wir wieder ein bisschen platz nehmen wir das mal hier mit ich dachte hier wäre was aber scheinbar nicht ok ähm ich habe irgendwie das gefühl wir brauchen wir brauchen glaube ich wirklich doch nochmal den flammenwerfer ne die kommen halt auch nicht ran aber das klappt auch oder was ja witzig gut dann machen wir das mit dem messer gut dann machen wir das hier auch nochmal alles klar das lassen wir hier sein vielen dank hinten munition warte mal die flammenwerfer der ist nachgeladen ne scheiße ähm ja spaltungsmittel ist ja noch beschissener wenn ich das jetzt einsetze ich will halt alles mitnehmen das ist das problem ich will halt wirklich alles mitnehmen ähm wir haben hier aber auch ich glaube wir haben hier kein save boom dafür müssen wir halt da wieder hin gut aber wir wissen ja wo es ist ok kommen wir in zweite etage ich will mal ganz kurz was vor erstmal kurz hier gucken also hier haben wir ja alles ok dann kommen wir hier hin ähm wo war denn nochmal die tür war hier ne geht das hier auch mit dem messer soll ich das mal versuchen gut ich habe wieder platz ne aber es hat hat das was ich weiß ich bin bin mir nicht wirklich ne hat nichts gebracht ne ok es hat nichts gebracht das ist natürlich doof von der anderen seite verschlossen so wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier hin da ich nehme schonmal hier was mit wieder ja gut dann gehen wir mal hoch ne alter Mädel vor allem kann das sein dass die die sah irgendwie voll voll lang gezogen aus die war doch auch nicht ganz reden im kopf aus was ist oh Alter, was ist denn bei der los? Verpiss dich. Mehl! Geh... Nee! Leid doch nicht so, Ethan! Zeig dich! Das bricht der arme Evie das Herz! Nicht weggehen, Kleiner! Bleib doch hier! Oh, oh! Oh, oh! Oh, weißt du was? Leck mich hier um aus! Auf! Fuck! Ah, ich hätte Flammenwerfer mitnehmen sollen, das ist doof! Oh, oh, oh! Pisse! Dürfen! Kackvieh! Oh! Hier, ficken sie sich! Findest du lustig, ne? Du sollst dich heilen! Ne, was haben wir hier? Blinden Muni, alles klar! Die nerven die Kackdinger, ne? Das ist schlimmer als bei mir in der Wohnung. Darf ich auch solche Flieger rumfliegen? Ich werde dich über auf dich vermessen! Ich werde dich über auf dich vermessen! Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich werde dich auch nicht vermissen, ne? Tut mir leid, aber es ist so! Also... Oh! Oh! Wo kommt die jetzt her? Oh, Alter! Alter, das nervt! Oh, ich hätte... Das ist echt nicht schön, ne? Oh! 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 Das ist echt nicht schön, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ach, Alter, leck dich doch! Äh, immer! Ah! Hätte ich mal den Flammenwerfer mitgenommen, das ist grad ein bisschen anstrengend, vor allem weil ich kaum noch Flindenmoni hab. Problem ist, ich komm auch wirklich nicht dazu, mal kurz hier... ...mich zu sammeln. Und ich weiß halt auch nie, wie viel die alte noch aushält. Alter, die gehen mir auf den Sack hier, die Viecher, ne? Ist halt... Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ich weiß halt... Äh... ...müsste wirklich, was ich hier machen soll. Ach, Alter! Geht mir doch nie... Geht mir grad echt... Oh! 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 Tja, das Problem ist an der Stelle... ja danke für den tipp wir müssen natürlich die nestor zerstören problem ist für die nester brauchen wir ja auch wie mache ich das jetzt am besten da muss ich jetzt wirklich von anfang an hier also wirklich komplett ist jetzt die frage nehmen wir flammenwerfer mit oder lassen muss nehmen wir flammenwerfer mit das problem ist was soll man dafür weglegen die pistole bräuchten jetzt nicht unbedingt problem ist bei der pistole ist halt nur ein 1er slot flammenwerfer ist ein 2er slot dann brauchen wir natürlich auch wieder brennstoff und so was das ist echt mist gerade das brauchen wir erstmal nicht das brauchen wir erstmal nicht das brauchen wir nicht das wissen so wie soll es jetzt erstmal sinnlos wir nehmen den flammenwerfer mit so ich könnte natürlich munition machen aber ich will eigentlich ich bin gerade am überlegen gab es munition die koppel die kräft ich suche gerade hier aus schießpulver kann man okay nehmen wir das mal rüber haben wir noch ne wir haben nur noch das hier ne das das problem ist das bräuchte ich eigen ach oh nein ich wollte es verwenden also kombinieren so ach das war die das war der schatz das war die toilette ja gut hätte mir da ein bisschen mehr jetzt erhofft aber okay das heißt wir machen einmal für leben aber wir brauchen jetzt auch einmal ach so damit machen wir granaten ja gut ist aber auch nicht schlimm jetzt habe ich einen flammenwerfer ohne munition sehe ich das richtig das ist ja da oberhammer gut vielleicht finden wir da drin noch munition wir müssen die nester zerstören habe ich nämlich im laulabel schon gelesen ok genau hier was haben wir hier brennstoff sehr schön genau das was ich gesucht habe ach so wir müssen jetzt wieder die scheiß viecher müssen wir auch wieder kaputt machen ne kann man eigentlich hier irgendwie was mit anfangen das sieht irgendwie so komplett neu aus dass man da irgendwie ne ne geht bestimmt nicht ok wir reinigen jetzt mal die tür so damit ist die tür bereinigt jetzt noch das hier öffnen alles klar da haben wir das schon mal geöffnet ähm flinten munition und starke chemikalien wunderbar 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 ähm hihihi das von anderen Seite verschlossen was bringen die tabletten nochmal gut ist für objekte ne besser aufspüren aha sollen wir noch ein Heilmittel machen, oder lieber nochmal eine granate Das sparen wir uns später dann auf. Madame, mach dir keine Sorgen. So, wir müssen die Nestor finden. Ganz dringend die Nestor finden. Und das jetzt. Achso, hier können wir runter. Brennstoff, sehr schön. Hier noch Pistolenmonizum brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt ist aber die große Frage, ne, das wollte ich eigentlich nicht. Das können wir machen. Jetzt ist aber die, jetzt mal ohne Spaß, die große Frage, wo sind ihre Nester? Jetzt ist die große Frage, wo sind ihre Nester? Wo ist denn das viel jetzt gerade rausgekommen? Alter, verpiss dich. Die sind oben irgendwo, ne? Irgendwo hier oben? Ne, ich such gerade, äh, deine Nestor. Sorry. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht mit dir spielen. Wo, wo komme ich jetzt hier an? Hier runtergehen. Okay, dann haben wir den Weg schon mal entriegelt. Wo sind sie überhaupt nicht vermessen. Wo sind ihre Nester? Ja, ist echt schön, wenn man ein Nest hier findet. Das ist echt schön, jetzt finde ich hier an jeder Ecke Pistolenmonizum, ne? Ich ziehe mich jetzt an, oder? Ne, die haut ab. Gut. Die hat mich bis jetzt mit ihren Nester in echt in Ruhe gelassen, ne? Äh, diesmal. Festbrennstoff und flüssige Chemikalien. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Ähm. Das will ich halt jetzt nicht einsetzen. Aber wir können, wir können eh eine Sache machen. Nachladen. Reicht immer noch nicht. Scheiße, weil wir 65 noch über haben. Ähm. Ne, pass auf. Wir machen so. Haben wir jetzt einen Spielstoff und damit können wir jetzt wieder arbeiten. Was ist die noch hier? Die ist auch gar nicht mehr da oben. Piss dich. Aber es scheint hier unten ganz gut zu funktionieren, irgendwie. Auch, dass hier unten kommen kleine Viecher und sowas. Kann man eigentlich schon fast hier unten bleiben. Ich höre die Gutsche, aber ich sehe sie gar nicht. Ja, ich weiß, dass es für dich keinen Entkommen gibt. Da oben ist er. Spider-Man, oh Spider-Man. Kommst du, Spider-Man? Kommst du runter? Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, Junge. Ich habe, ich habe die Aldi ja gesehen, aber ich wollte ja hier weg von der. Auch alle. Mädel. Geh mir nie aufs Sack. Pack die. Piss dich Kacklappen ey Meine Herren Abschnauze voll mit dir Chemikalie Ich glaube wir müssen uns jetzt schon wieder heilen Sicher ist sicher Hier muss Irgendwo ein Nest sein Aber das ist ja Das ist doch hier kein Nest oder Nee Das ist kein Nest Ich höre sie Da Okay Wieder getroffen Sehr schön Aber wir haben jetzt keine Dings mehr Wir haben keine Muni mehr Aber wir haben noch Immer noch den Flammenwerfer Weh Okay wir nehmen mal lieber den Flammenwerfer Ich glaube damit kommen wir ein bisschen besser Na wo ist die Aldo Shop Rage Ich höre schon wieder Flattermann Da ich hab dich grad gesehen Ey Flattermannu gehst mir echt auf den Sack ne Oh ne 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 Oh ne 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 Oh ne 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 Komm Börn 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 Meine gutste Ich glaube wir haben sie Bleibt doch einfach tot Okay Bleibt doch einfach Laterne Irgendwo muss ich weiß Äh ungefähr Wo wir die hin machen müssen Ach nein wollte ich gar nicht Scheiße egal Ja Und damit sind wir uns in der nächsten Aufnahme Haut rein Tschüss